...überrunden, dass da noch beste Fahr-Aufträgen oder Power-Team dasteht, in meiner Großbritannien, dass wir werden. Ja, ein Angebot ist ein Verkürzboden, alles gut dran, hier sind coole Fetter-Touren und unnötig schriebene Sachen, die wir da haben, wo wir das hier haben. Uns könnt ihr auch als Schofahrzeuge oder Fahrrad mieten. Jetzt gehen wir mal zu den ganz guten neuen Fahrzeugen, was hier in der Bahn steht, was wir dann auch noch vor allem bearbeiten können. Ja, das heißt, da sind Patente drauf, Fortbeträgerhalter, jetzt könnt ihr hier eine Eingangerkupplung subhieren, und hier sind sogar alles aufhanden, sehr, sehr wichtig. Die Eingangerkupplung ist vor, das führt mal der jeweiligen Kehrmaschine, alles. Obendrauf sieht man jetzt hier auch als wohl ein Zustandwerfer, das ist extrem hell. Da haben wir im Fett umgebaut mit Taschen, das ist ein Patente-Verträger, wo wir jetzt da auch im Endeffekt alles montieren können. Die Sandstreuer sind noch auch dabei, aber leider nicht wirklich, das ist eben gut zu montieren. Lass mich mal nicht die Finger anziehen? Ja, und da sind auch große Flexzeichen drauf, weil wir sind auch im Zugastverdaten, mit dem Fahrzeug an den Fahrzeugen, über 50 Dezember, nur als E-Bahn, Fahrzeug hat 1000 Watt, diesen Planetenantrieb, wo wir kennen alles, ja, draußen können wir dies mal kurz sagen. Und dann fangen wir auch mal ein bisschen näher. Aber schön langsam fahren, bitte da vorne, alle heute sind da. Ich glaube, dass es gleich haben, der natürlich ist vorne. So, das ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen mehr. Also, das ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen mehr. Alle 4. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 9.9 Die Fahrzeuge sind auch 100 im Kopf. Weil die meisten sind mit drei Stufen regulalen Verbauges an Schülpenstaltlern. Das heißt ungefähr von der Schwimmzeit, so 1. Stuhl, so 7-8 km. 2. Stuhl, so 7-8 km. 2. Stuhl, so 7-5 km. Und jetzt 3. Stuhl, so 7-3 km. Einfach den 1. Stuhl. Und dann ein 1. Stuhl. Wow! Hey! Gut. Ja! Ja, das kann man mit so einem Ding machen. Ja, die Füße sind zu groß. Ja, die Füße sind zu groß, ja. Warte mal, wie der andere sie fahren. So, wir haben hier so ein kleines Set. Das ist blaue und schwarz. Die Fahrzeuge sind auch 100. Die Fahrzeuge sind auch in die Fahrzeuge. Das heißt, es ist eine Qualität. Die Fahrzeuge haben auch die Stuhl. Drei da vorne. Auch in der Fahrzeuge haben. Wie gesagt, das sind alle 11 Volk. Wie gesagt, das ist um eine Lease. das war ja das ist ein fliegt, und diese Push-Beree zu dem Lassen zu dem Nachschinen. Das ist eine Lease.